Ja, ich wollte nochmal was sagen, auch zu Temptation Island VIP, weil ich mich da auch schon mal dazu äußert hatte, diesen ganzen Konflikt mit Hendrik und Paulina, da gab es ja jetzt so ein tränenreiches Statement von Paulina, wo sie ihm auch super viele Vorwürfe gemacht hat, die, das finde ich immer so schwierig, die natürlich alle nicht, hat man nicht gesehen, sind nicht belegt, also das heißt, ist es passiert, ist es nicht passiert. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, an dem Punkt, da, ähm, finde ich da auch nicht mehr durch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wie gesagt, ich hatte ja auch mal, hatte ja auch mal Lust gehabt, da mit dem Hendrik mal ein Interview drüber zu führen, so, aber, ähm, na, sei es wie es sei, ich weiß es nicht, hört sich nach einer grässlichen, toxischen Beziehung an, auf jeden Fall, und, äh, was auch immer da jetzt passiert ist, das gibt es natürlich manchmal tatsächlich, ähm, es ist ja nicht immer so in toxischen Beziehungen, dass nur einer was macht, und einer macht, erträgt es einfach nur, sondern, ja, manchmal ist es auch so, ich weiß nicht, ob es da jetzt so war, also man findet ja eigentlich da überhaupt nicht mehr durch, aber es gibt natürlich auch die Variante, wo beide einfach, ja, ordentlich mitmischen am toxischen Brunnen, sag ich mal, kann sein, dass es da der Fall ist, ich weiß es nicht, ähm, aber, äh, weil mir das noch mal ganz viele geschickt hatten, wollte ich, also ich kann da eigentlich nichts, nichts mehr zu sagen, weil, äh, außer, dass sich das super toxisch anhört, aber, da sind ja jetzt so viele Vorwürfe im Raum, äh, so, wie gesagt, ich, ich, natürlich ein bisschen fassungslos auch, was da am Lagerfeuer passiert sein soll, wo, äh, ja, er da so ausgerastet ist und dann vielleicht noch Sachen passiert sind, die die Kamera nicht gezeigt hat, ähm, ich habe keine Ahnung, ähm, Fakt ist natürlich, dass toxische Beziehungen immer das Schlechteste aus einem rausholen, muss man ganz einfach sagen, trotzdem muss man natürlich Verantwortung für übernehmen, ganz klar, ne, ähm, aber diese, diese, was ich, glaube ich, keine gute Idee ist, auch wenn das Realty-TV-Stars sind, ähm, ist das so, zu versuchen jetzt über Social Media auszutragen, was Paulina sicherlich viel mehr macht als Hendrik, ob jetzt berechtigt oder nicht berechtigt, was den will ich jetzt nicht, aber ich finde den, ähm, finde es wenig hilfreich und ich glaube, das zieht einen auch immer mehr rein in so einen Sumpf und, ja, es ist vielleicht besser, einfach loszulassen und, äh, ja, es dabei bewenden zu lassen und, aber, äh, ist schwierig, weil es, es, äh, es gibt halt solche Situationen, wo, äh, jemand berechtigt, wirklich Vorwürfe anbringt, die aber nicht belegen kann und es gibt halt Situationen, wo Vorwürfe, äh, gebracht werden, die auch einfach nicht stimmen und das, das kann keiner von außen sagen, äh, äh, boah, wer soll das wissen, ne? Und das kann auch, kann mir auch keiner erzählen, dass du, dass jemand an der Stirn angucken kannst, ob du jetzt die Wahrheit sagst oder nichts und man weiß das einfach nicht, ne? Und ist vielleicht nichts, was man so über Social Media austragen sollte, das betrifft ja auch Leute, die jetzt nicht so bekannt sind, ähm, die das dann manchmal machen und das ist ja auch gesagt, das Ego möchte immer gern Rache und, äh, Genugtuung und dann setzen wir als Social Media ein, machen ja auch Leute, die normalen Social Media Account haben, aber sollte man echt lassen, es ist einfach, es vertieft einfach nur die Toxic und, ähm, hilft nicht viel, aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, äh, obwohl ich bin so mäßig gespannt, weil das ist einfach, auch einfach so unerfreulich, manchmal denke ich immer, vielleicht wäre es schön, man würde einfach gar nichts mehr von hören, aber, ähm, naja, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so dazu denkt in den Kommentaren, äh, vielleicht gibt es ja auch noch mal mehr Infos dazu, aber den Stand, den es jetzt hat, kann man einfach nur sagen, um die Berge, was hatten die für eine schreckliche Beziehung und, äh, aber was man da auch sehen kann, keine Beziehung fühlt sich so gut an wie die falsche, ne, weil dann beide sagen ja, dass es am Anfang, ja, nur rote Rosen und heiraten und ich weiß nicht was und wissen wir ja leider, dass das leider auch häufig ein Anzeichen einer hochtoxischen Beziehung ist, aber nicht immer, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Und dann sehen uns bald wieder.